Ich begrüsse Sie herzlich in meiner Praxis für klassische Homöopathie, kraniosakrale Osteopathie und Massagen. Die klassische Homöopathie ist eine über 200 Jahre alte naturheilkundliche Behandlungsmöglichkeit. Zu Beginn einer Behandlung findet eine umfassende Anamnese statt. Anhand der charakteristischen Symptome versuche ich das passende homöopathische Mittel zu finden. Die meisten homöopathischen Mittel werden in Form von Globuli verabreicht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Tropfen einzunehmen. Nach der Einnahme des Mittels folgen Kontrollkonsultationen, um den Verlauf zu beurteilen. Die Dauer einer Behandlung ist sehr individuell und hängt vom Krankheitsbild und dem allgemeinen Zustand des Patienten ab. Behandelt werden Menschen jeden Alters. Die treibende Kraft des kraniosakralen Systems ist das menschliche Hirn mit seinem Flüssigkeitssystem. In einer sehr ruhigen, konzentrierten Arbeit am Patienten erspürt der Behandler Blockaden auf, die er dann mit kraniosakralen Techniken zu lösen versucht. Die Behandlung ist für Menschen jeden Alters geeignet. Die häufigsten Indikationen sind Beschwerden am Kopf und am Rücken oder begleitend in Schwangerschaften und nach Geburten für Mutter und Kind. Die Massage ist bestimmt eine der ältesten Körperbehandlungen zur Linderung von Schmerzen, die durch Muskelverspannungen hervorgerufen werden. Es können dabei oberflächliche und tiefliegende Muskelverspannungen gelöst werden und dies führt zu mehr Bewegungsfreiheit und weniger Schmerzen. Die Behandlung ist für Menschen, die sich in der Nähe des Kraniosakralen und die Schmerzen. Vielen Dank.